Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 1.400 Euro Gaming Computers, Dezember 2013. Als Prozessor der Intel Core i7, 4770K mit 4x3,5 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,9 Gigahertz, 84 Watt TDP. Eine integrierte Grafikeinheit, die Intel HD 4600, ist ganz praktisch für Videobearbeitung oder wenn man einen zweiten Monitor anschließen will. Er hat einen KM-Namen, das bedeutet er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten und Hyper-Threading, das bedeutet jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Der Prozessor reicht natürlich für alle derzeitigen Games aus und sollte für Gamer die nächsten 3 bis 5 Jahre Dicke ausreichen, falls er ja mal zu schwach wird, kann man ja übertakten. Als Kühler der Thermalright H02 Macho Revision A Black & White Edition. Es ist ein sehr großer Kühler zu einem Spitzenpreis-Leistungsverhältnis und mit ihm ist leises Betreiben bzw. Übertakten möglich. Und als Mainboard das ASRock Z87 Extreme 3 mit dem Intel Z87 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Pänke, PCI Express 3.0, ein 7.1 Soundchip, Onam-IO-Panel, 2x USB 2, PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 5 3,5mm Klinken, sowie ein Tostlink für den Soundchip. Dann als Arbeitsspeicher 8 GB Kuschel Ballistic Sport, DDR3 1600 DIMM, CL9 Dual Kit. DDR3 1600 und CL9 ist recht schnell. Es ist ein Dual Kit, das bedeutet man kann ihn im Dual Channel Modus betreiben und 8 GB sind für Gamer mehr als genug. Als SSD die 120 GB Samsung 840 EVO. Es ist eine sehr schnelle SSD und 120 GB reichen für das Betriebssystem alle Programme und ein oder zwei Spiele DKO's. Dann als Festplatte die 1 TB Seagate Desktop HDD bzw. Seagate Barracuda 7200.14. Es ist eine über die schnelllich schnelle HDD und 1 TB sollen für die meisten unter euch DKO's reichen. Als Grafikkarte die 3 GB GB GeForce GTX 780 Ti. Es ist die zurzeit schnellste Single-GPU-Karte und damit sollte man alle Spiele auf den höchsten Einstellungen in Full HD flüssig spielen können. Und außerdem gibt es noch Batman Arkham Origins, Splinter's Herz Blacklist und Assassin's Creed 4 Black Flag gratis dazu. Und als Netzteil das 480 Watt Be Quiet Straight Power E9. Es ist Modular, das bedeutet man kann die Kabel abnehmen, die man nicht mehr braucht. 80 plus Gold ist sehr energiesparend und 480 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Sigma Tech Midgard 2. Es ist ein etwas schlichteres Gehäuse mit jeder Menge Platz innen drin, aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen oder auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.